Die zweite grosse Baureihe, die wir in Morte produzieren, sind sogenannte Linear-Stellmotoren, die das Licht steuern, die Schienwerfer ebenfalls im Automobil. Das ist das sogenannte Kurvenlicht, das Auf- und Abenlicht und auch das adaptive Frontlicht, wie man dem sagt, wo das Licht je nachdem entgegenkommender Verkehr abgeblendet wird, zugeblendet wird, vollautomatisch. Das sind Schrittmotoren für Klappen an der Klimaanlage zu verstellen. Wir sehen hier die verschiedenen Klappen an dieser Klimaanlage, die gesteuert werden über ungefähr 12 verschiedene Antriebe, die wir hier in Morte herstellen. Hier befinden wir uns in der Kunststoffspritzerei. Das ist eigentlich der nächste Schritt in dieser vertikalen Integration. Das heisst, wir waren vorher im Werkzeugbau. Dort wurden die Werkzeuge hergestellt, zuerst designt, dann wurden die Fräse gedreht, die Bohren geschliffen usw. und montiert. Und hier werden die Werkzeuge jetzt gebraucht. Das heisst, hier werden Kunststoffteile mit diesen Werkzeugen hergestellt, sogenannt gespritzt. Ein wichtiger Teil für uns ist ebenfalls so etwas, was man immer wieder hört. Hier ist die sogenannte Digitalisierung, die natürlich auch bei uns sehr spannend ist. Wir wollen ununterbrochen Daten haben und das Wissen über unsere Produktion und unsere Anlage zu wissen. Das heisst, wir wollen ununterbrochen wissen, mehr oder weniger real-time, wie viel haben wir produziert, wie ist die Effizienz von unseren Anlagen, wie ist die Effizienz von der ganzen Produktion, haben wir Ausschuss produziert oder haben wir keinen Ausschuss produziert, wollen passierte Typen wechseln usw. Das ist eigentlich der Teil der Digitalisierung, der uns sehr fest beschäftigt, dass wir ununterbrochen Anzeigen haben und eigentlich im Werk sehen können, wie ist der Stand unserer Produktion. Johnson Electric, wie wir schon gesagt haben, ist ein Konzern, das das Mutterhaus in Hongkong ist. Wir haben aber einen sehr grossen Standort hier in Murten. Ebenfalls das europäische Headquarter ist hier in Murten. Vorher waren wir auf dem Rundgang. Wir haben einige Bereiche von diesem Rundgang gesehen. Und ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen, was wir hier haben, sind die Mitarbeiter. Das sind die hochqualifizierten Mitarbeiter. Wir haben sehr viele Roboter gesehen, Automaten, Werkzeuge usw. und nichts läuft einfach so von den Roboten. Das heisst, jeder Roboter muss irgendwo programmiert werden, muss unterhalten werden, muss betrieben werden. Jedes Werkzeug muss von irgendjemandem konstruiert werden. Irgendjemand muss die Teile herstellen, damit es ein hochkomplexes Werkzeug gibt. Und das ist eigentlich der Schlüssel für die Johnson Electric, aber auch vor allem hier bei unserem Standort in Murten. Das sind unsere Mitarbeiter, die hochqualifizierten Mitarbeiter, die wir brauchen, dass wir in dieser Effizienz und auf diesem Niveau produzieren können in der Schweiz.